moin leute was geht ab ich eröffne ein clan also kommt gerne rein danke da heißt naja ich hab schon mal gesagt ein tsm kleine für kleine kleinere wird online kommen aber war noch nie also wir eröffnen heute gemeinsam ein clan ihr könnt frei überlegen in meinen kommentaren schreiben wie der klein heißen soll und wie ihr teilnehmen soll ihr sollt einfach in die beschreibung packen für euer youtube-name euren youtube ich schneide es nicht raus bis morgen ey leute sorry wegen das aber das musste sein aber schneid das jetzt nicht raus weil gar keinen bock auf diese scheiße ey also da klaren beschreibung also ihr sollt einfach in den chat schreiben wie euer youtube-name heißt und dann ein video hochladen am besten geschnitten aber müsst ihr nicht wenn ihr nicht schneiden könnt am besten video der ungefähr zehn minuten lang bett royales clips oder so eine runde starten oder kreativ bisschen bauen freund suchen oder so ähm ja also das wäre so das beste jeder es kann handyspieler es kann pc spieler es kann dings es kann alles aber ich werde sehr streng sein es kommt nicht jeder in meinen clan das müsst ihr leider auch wissen also eigentlich will ich jeden in meinen clan lassen aber geht halt nicht dann mache ich ja also das war eigentlich fast das meiste noch das video geht ungefähr zwölf minuten lang aber ja das video geht ungefähr zwölf minuten lang sonst wird youtube auge machen aber aber das ist das neu also das also hier kommen bei 20 mitglieder mache ich ähm mache ich preisgelder auch also halb zehn euro mal ich glaube ich habe wirklich alles gesagt also ihr könnt und und hier wenn du das musste das grad sein aber egal ich schneide das nicht raus er gibt doch gar die videos müssen jetzt nicht youtube perfekt sein ja alle probieren nichts gegen youtuber die bisschen größer sind so alle probieren was wirklich gutes video zu machen so ja leistung ist viel interessanter weil da zeigen wenn fels passiert sehen das so viele leute und wenn video schneidet man das einfach aus also das finde ich so unnötig leute wollen mal lustige das geht mir selbst so wenn ich youtube schaue immer diese videos alles geschnitten digga nix gegen größere youtube über ging es dann das geht oder so keine ahnung oder oder welche größere die richtig viel schneiden digga die einfach alles perfekt machen soll macht einfach mal was aus euren leben digga also ernsthaft digga schneiden das ist sowas wie ein mann digga schaust nach dem reichen schaust kontroller digga durchsetzen ne 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 Leute und wenn das Video jetzt bis Story-Fried wird oder wie das heißt nichts wundern wenn ich manchmal so diese Wörter aussprechen kann weil würdet ihr glaube ich wenn ihr aktiv dabei seid oder nicht bei der PS4 befreundet seid auch schon kennt ja ich nehme einfach muss ich noch eben auf den Mausen zu tun ach scheiße so ich weiß dass Liam das Video heute noch sieht wenn es überhaupt heute noch rückgeladen wird aber morgen bei deinem Geburtstag da gibt es wirklich was bisschen Rache zurück aber egal so Leute das war es mit meinem Video ich mache jetzt gleich wenn ihr das Video wahrscheinlich seht dann mache ich noch ein Video einfach aus Langeweile bis ein Fortnite Clip so machen so ja also dann bis dann euer so wie